Hallo an alle Freunde des Scambaiting im Internet. Ich bin der Kreuzhinter-Crusher und lade euch zum ersten Sonntagsvideo 2024 ein. Heute werden mal wieder die tierischen Symbole der Börse im Namen bemüht, um zu heucheln, man sei eine reguläre und legale Firma. Also rücke ich heute den Bären und Bullen auf den Pelz, um zu testen, wie stressfest die wohl sind. Alle Anrufe spielten sich in 14 Tagen ab und ob die mich erfolgreich betrügen konnten, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Siebeneicher? Ja. Guten Tag, Herr Siebeneicher. Hier ist die Viktoria Hoffmann. Ich erreiche Sie aus BärsBulls.pro und Sie programmiere Anmeldungen auf unsere Plattform. Aus wo bitte? Aus Finanzmarkt, aus BärsBulls.pro. Sie haben sich auf unserer Webseite registriert, um zu handeln, wie ich sehe. Äh, wie war das BärsBulls? Das sagt mir gar nichts. Sie waren gerade online gewesen auf unserer Webseite. Eine ganze Weile. BärsBulls? Nee. Punkt, Punkt, Frau. Okay. Die Sache ist ja aber, Hauptsache ist, Sie haben sich auf unserer Webseite registriert. Ich bin eine Kundeberaterin auf Finanzmarkt. Sagen Sie mir bitte doch mal Ihre Webseite, dass ich mir mal aufrufen kann. Bärs, also ich kann das auch für Sie auch buchstabieren. Ja, genau. BärsBulls, also B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. A wie Anton. Ja. Er wie Richard. Ja. S wie Siegfried. Ja. B wie Bertha. Ja. U wie Ulrich. Ja. L wie Ludwig. Doppelt. Ja. Punkt. BärsBulls, Punkt. BärsBulls, Punkt, Pro. Also nach Doppelt Ludwig kommt ein Siegfried. Ach, das hat Sie noch nicht gesagt. Entschuldigen Sie, dann habe ich vergessen. BärsBulls, Punkt, Pro. Ah ja, gut. Dann schauen wir doch mal. Ne, sagt mir gar nichts, die Webseite. Okay, weil Sie waren auf unserer Webseite gewesen? Nein, war ich nicht, weil ich habe jetzt geguckt im Verlauf, BärsBulls Pro habe ich noch nicht aufgerufen. Okay, aber Sie haben dann vielleicht Interesse geäußert auf Online-Handeln und Aktien? Richtig, ja, aber nicht bei BärsBulls. Okay, weil BärsBulls ist eine von unseren Hauptplattformen, wo wir unsere Kunden mit Handeln aushilfen. Normalerweise bieten wir unseren Kunden eine automatisierte Handelsroboter. Vielleicht haben Sie an das Interesse geäußert. Ich habe eine Werbung angeschaut und habe da mich eingetragen. Ich wusste ja nicht, dass ich dann irgendwie auf tausend verschiedene Seiten weitergeleitet wäre. Wusste ich nicht. Nein, also, okay, Frage, welche Werbung haben Sie gesehen? Wie hieß die Werbung? Das weiß ich nicht mehr. Okay, weil da gibt es mehrere Werbungen, die wir haben natürlich und mehrere Produkte, die wir anbieten an unsere Kunden. Mit welchen Handelsmöglichkeiten möchten Sie Geld verdienen? Mit einer lukrativen Handelsmöglichkeit. Mit einer lukrativen Handelsmöglichkeit, okay. Okay, wie gesagt, ja, also eine automatisierte Handelsroboter bieten wir ja an, an unsere Anfängerskunden. Und gerne natürlich möchte ich auch, dass Sie bei uns bei zum Beispiel jetzt einsteigen, da Sie jetzt vielleicht unsere Werbung gesehen haben, weil normalerweise man landet einfach nicht auf unserer Webseite, wenn Sie zum Beispiel jetzt unsere Werbung ja nicht gesehen haben. Okay, wie gesagt, ich erkläre Ihnen einfach mal ein paar Sachen, okay. Und danach machen Sie Ihre Entscheidung. Vielleicht möchten Sie dann bei uns auch einsteigen, okay. Ja gut, dann erklären Sie mal ein bisschen was über Ihre Firma. Okay, Beersburg.pro ist ein Bafin-registriertes Firma in Deutschland. Wir haben Erlaubnis mit deutschen Kunden seit schon mal mehr als zehn Jahren zu handeln. Wir sind in Großbritannien delegiert, das heißt, wir sind auch FCA-delegierte Firma. Wir arbeiten mit durchaus Europa und auch in Kanada. Wir arbeiten mit mehreren Investierungsmöglichkeiten. Es heißt, wir bieten unseren Kunden mehrere Dienstleistungen, wie zum Beispiel automatisiertes Handlungsroboter und Finanzberater, die Sie auch bekommen werden von unserer Seite, sobald Sie bei uns eingestiegen sind. Gleichzeitig natürlich, wir haben, also wie gesagt, ja, die automatisierte Handlungsroboter ist diejenige, die auf Ihre Handelskonto eingestellt wird und für Sie handeln will. Das wird also für Sie Profite generieren und mit 0,01% Risiko, wir machen die Qualitätskontrolle aus unserer Seite. Also Sie müssen selber gar nichts machen. Und ich denke mir mal, Sie haben keine Erfahrung, ja? Ich habe mir nur so ein bisschen was angelesen, ja. Aha, okay. Also in dieser Stelle auch, falls Sie bei uns jetzt einsteigen, haben wir auch die Möglichkeit, Ihnen einen Finanzberater zu geben. Das heißt, eine Person, die große Erfahrung und Kenntnisse hat auf dem Finanzmarkt, die werden Ihnen technischerweise und handelsweise Sie aushilfen. Das heißt, Sie werden für Sie auch handeln, um Ihnen größere Profite zu zeigen als 0,01% und werden Ihnen auch über andere Investierungsprojekte Sie informieren, wie zum Beispiel Kryptowährungen, Bitcoin-Investierungen, Ethereum, Rohstoffhandeln, Aktien und so weiter. Haben Sie denn was bestimmtes Interesse, zum Beispiel mit Kryptowährungen oder mit Aktien zu handeln? Aktien wären interessant. Aktien wären interessant, okay. Und alles klar. Haben Sie vielleicht ein Ziel im Kopf, also die Sie erreichen möchten noch monatlich? Nee, ich möchte Geld verdienen. Einfach mal Geld verdienen. Okay, alles klar. Wie gesagt, ja, Herr Siemneicher, unsere minimale Investierungssumme ist 250 Euro. Sie haben schon mal den Werzeiten gesehen. Ich konnte Ihnen natürlich, wie gesagt, jetzt ab heute auch die Aktivierung auch für Sie machen, falls Sie Interesse haben, bei uns jetzt zu investieren. Was sagen Sie dazu? Ja, Interesse habe ich erst mal. Okay, weil, wie gesagt, ja, wir haben Ihre Detailinnen bekommen, Sie haben an unserer Werbung was angeklickt. Und wie gesagt, ja, ich konnte Ihre Handelskonten jetzt bis Ende des Tages noch behalten, vielleicht bis morgen. Aber wie gesagt, es wäre natürlich gut, wenn Sie bei uns heute einsteigen würden, ja, sodass Sie schon mal Ihre erste Profite bei Weihnachten schon mal sehen würden. Aha, okay, gut. Und wie funktioniert das dann genau? So, genau wie funktioniert das ist, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt mir den Erlaubnis geben, für Sie den Handelsaktivierungsprotest zu anfangen, ja, ich gebe Ihnen die deutsche Überweisungsditalien zu. Natürlich, ich habe noch ein paar Fragen, die ich Ihnen fragen muss für Ihre Portfolio und so weiter. Aber wie gesagt, ich gebe Ihnen die Überweisungsditalien, Sie überweisen dem Geld. Sobald ich die Bestätigung von Ihrer Seite habe, aktiviere ich Ihre Handelskonto und vereinbare einen Termin mit Ihrem Finanzberater aus. Ja, gut, dann fangen wir so an. Alles klar. Okay, dann, Herr Siebeneicher, bevor ich natürlich mit Ihnen fortfahren kann, habe ich ein paar Fragen für Sie. Und zuerst ist das, Sie haben gesagt, Sie haben keine Erfahrung und Sie möchten einfach mal Geld verdienen. Okay, wie alt sind Sie, Herr Siebeneicher? Ich bin 56. Sie sind 56. Und Sie sind ja jetzt beruflich, oder noch? Natürlich. Was machen Sie beruflich? Das spielt doch keine Rolle, oder? Ich frage nur einfach für Ihre Portfolio. Ich muss noch ein paar Fragen stellen, einfach für die Statistik, das ist alles. Wir sammeln nur Daten. Ich bin Hufschmied. Bitte? Ich bin Hufschmied. Hufschmied? Ja. Okay. Und monatlich frage ich jetzt Ihnen nicht genau, wie viel Sie verdienen oder so. Ja, das geht Sie auch nichts an. Wie gesagt, ja, ich möchte keine direkte Nummer jetzt wissen. Einfach mal, ob Ihr Einkommen ist, ist es über 2000 Euro? Ja. Es ist über 2000 Euro. Okay, alles klar. Und außer Ihrem Handy benutzen Sie einen anderen Gerät, wie zum Beispiel PC oder Rechner? Ich benutze kein Handy. Sie benutzen keinen Handy? Nee. Okay. Dann ist das eine Festnetznummer, aber Sie benutzen doch ein Telefon. Ja, eine Festnetznummer, richtig. Genau. Aber benutzen Sie vielleicht PC oder Laptop? Richtig, ich benutze einen PC. Richtig. Benutzen Sie, okay. Und haben Sie vielleicht ein Handy einfach mal, wo man Sie erreichen kann? Nee, man kann ich nur über Festnetz erreichen. Nur über Festnetz, okay. Und, okay, alles klar. Kurzen Moment, bitte. Okay. Und welche Bank benutzen Sie in Deutschland, Herr Siebenreicher? Ich benutze die Sparkasse. Okay, jetzt kurz einen Moment, ich schaue nach, welche Aktivierungsmöglichkeiten jetzt wir mit Sparkasse haben. Okay, kurzen Moment, bitte. Ja. Und Herr Siebenreicher, bei Sparkasse haben Sie Online-Banking? Ich habe Online-Banking, ja. Okay, dann machen wir es so. Ich konnte Sie dann gerne die Überweisungsitalien Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse zuschicken. Und Sie können dann gerne den Überweisungen machen. Ja, sobald ich die Bestätigung von Ihrer Seite habe, gebe ich Ihnen weitere Informationen an, was Sie machen müssen weiter. So, kurzen Moment, bitte. Möchten Sie dann bei uns mit 270 Euro einsteigen? Das wäre erstmal, grundsätzlich habe ich ein bisschen mehr angeplant, aber zum Testen können wir das mit 250 Euro machen, ja. Okay, kurzen Moment, bitte. So, Sie können jetzt im Kurzen Ihre E-Mail-Adresse, jetzt Ihre Posteingang jetzt überprüfen. So, kurzen Moment. Sie benutzen die E-Mail-Adresse richard.siebeneicher.mailbox.org, ja. Ja, das ist richtig. Mhm. So. Kurzen Moment. So, kleine Bemerkung, ja. Wenn Sie die Überweisung versuchen, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass Sie an den Betrag jetzt gerade, einen Betrag von 249 Euro eingeben, weil diese Überweisungsditalien haben einen Limit von 250 Euro bei erster Einzahlung. Da Sie jetzt nicht mit mehr investieren oder anfangen möchten. Überweisen Sie bitte 249 Euro, sodass Sie sicher machen können, dass Ihr Geld bei uns ankommt und wir das Ihnen gutschreiben können auf Ihre Handelskonto. Diese eine Euro werden wir einfach aus unserer Seite dann Sie kompensieren. Bis jetzt konnte ich immer Gelder überweisen in der Höhe, die mir wichtig war. Wo ist da ein Überweisungslimit? Bei meiner Sparkasse gibt es kein Überweisungslimit. Bei Ihnen gibt es nicht, natürlich. Wie gesagt, es gibt bei dieser Überweisungsditalien, bei dieser Bank, gibt es ein Limit von 250 Euro bei erster Einzahlung. Das System wird Gebühren davon nehmen. Sie möchten ja nicht, dass unser System Ihre volle Summe nicht bekommt. Sie möchten ja, dass wir Ihre Geld bekommen. So, darum sage ich auch. Einfach mal 249 Euro bitte überweisen Sie. Wegen dem Limit von unserer Seite. Ach so, okay. Öffnen Sie bitte Ihre Online-Banking und überweisen Sie bitte die Betrag. Ich kann Ihnen gerne in 15 Minuten dann nochmals sie erreichen, um sicherzustellen, dass wir dann die Überweisungsbestätigung haben und dass Sie weitere Informationen bekommen. Aber noch habe ich keine E-Mail bekommen. So, kurzen Moment. Von meiner Seite aus wurde diese E-Mail jetzt zugeschickt. Schauen Sie mal nach, ob Sie es bekommen haben. Von Viktoria Hoffmann. Ganz genau. Ganz genau. So, versuchen Sie bitte die Überweisung. Ich erreiche Sie noch mal in 15 Minuten. Okay? Und machen wir dann mal alles weiter. Okay? Nehmen Sie sich Zeit. Okay. Gut. Alles klar. Bis dann, Herr Siebenreicher. Bis dann. Tschüss. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Siebenreicher, haben Sie die Überweisung geschafft? Ja, die habe ich gemacht, ja. Okay. Können Sie dann bitte ein Foto davon machen? Oder einen Screenshot davon machen, bitte. Und mir an die E-Mail zu schicken, bitte. Ja, Augenblick. Muss ich kurz machen. So. So. So, habe ich gesendet. Okay, kurzen Moment. Kurzen Moment, bitte. Ja. Okay, kurzen Moment, bitte. Ich überprüfe das jetzt mit meiner Finanzabteilung. Natürlich. Alles klar. Herr Siebenreicher, die Transaktion war erfolgreich. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind jetzt bei uns auf Telekunde. So, ein paar Sachen, ja. Zuerst. Natürlich, wann haben Sie Zeit mit Ihrem Finanzberater morgens zu sprechen? Morgen früh. Ja, ich sage mal ab 10 ungefähr. Ab 10 Uhr haben Sie Zeit, ja? Ja, richtig. Okay. 10.30 Uhr wäre dann okay? Das wäre okay, ja. Okay. Kurz Moment, dann notiere ich mir das. Mit allen unseren offiziellen Kunden auf Finanzmarkt machen wir einen Gesprächstermin aus, Gesprächs, genau, Passwort aus, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Finanzberater erkennen und dass Sie jetzt mit keine andere Fremde, zum Beispiel Mitarbeitenden jetzt sprechen, ja. Und einfach für Ihre Sicherheit, immer wenn jemand Ihnen einen Finanzmarkt erreicht und mit Ihnen weiter sprechen möchte über irgendwelche Investierungen oder Finanzmarkt, bitte immer nach diesem Passwort nachfragen, okay? Ja gut, dann denke ich mir mal ein Passwort aus, damit ich das nicht vergesse. Kann ich Ihnen noch selber geben? Nö, ich möchte mir gerne selber eins ausdenken. Okay. Das Passwort heißt Fluxkompensator. Nochmal bitte? Fluxkompensator. Fluxkompensator. Kurz Moment bitte. Okay. Notiere ich mir jetzt. So. Alles klar. So, und Herr Siebeneicher, dann um 10 Uhr morgen, 10.30 Uhr, entschuldigen Sie, bitte, wenn Sie einen Anruf von Finanzmarkt bekommen, nach diesem Passwort Fluxkompensator bitte unbedingt nachfragen, okay? Wenn die Person Ihnen das nicht sagt, bitte legen Sie auf, sprechen Sie mit denen nicht weiter. Warum sollten mich denn andere Firmen anrufen? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil ich erkläre, also wir aktivieren jetzt Ihre Handelskonto, ja? Es dauert manchmal ein bisschen, bis Ihre Handelskonto aktiviert ist, vollständig und auf Finanzmarkt als aktiviert erscheint. Ja, und dann? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? 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 Ja, Herr Siebeneicher, hören Sie mich jetzt? Ja, was war denn da los? Ja, keine Ahnung, also von meiner Seite aus war alles richtig, technischerweise. Ja, aber plötzlich waren Sie nicht mehr zu hören. Ja, plötzlich konnte ich Sie auch nicht mehr hören. Okay, wie gesagt, wir wurden abgebrochen. Herr Siebeneicher, wie gesagt, ja, einfach mal fragen Sie nach diesem Passwort, die werden Ihnen nicht mehr stören. Einfach mal dieser eine Anruf vielleicht, und wie gesagt, die werden Ihnen nicht mehr stören. Einfach mal auflegen, wenn die Person Ihnen diesen Passwort nicht sagt. Ja, ich frage mich, ich hatte ja gerade gefragt, warum sollten mich andere Firmen denn anrufen plötzlich? Nicht anderen Firmen, sondern andere Kollegen von mir. Wie gesagt, auf Finanzmarkt, auf unseren Plattformen. Ach so. Ich aktiviere jetzt Ihre Handelskonto, und es konnte sein, dass jemand Ihnen erreicht von meiner Firma, weil die sehen, dass Ihre Handelskonto noch nicht aktiviert ist. Okay? Und wie gesagt, um diesen Vermischung zu vermeiden, bevor Ihre Handelskonto bis zu Ende aktiviert ist, und erscheint auch so auf unseren Plattformen, einfach bitte nach diesem Passwort nachfragen. Okay, und auch Ihren Finanzberater. Okay. Einfach für die Sicherheit. Okay. Und Herr Siebeneicher, ein paar Sachen. So, wie gesagt, 10.30 Uhr haben Sie ein Gesprächspasswort mit Ihrem Finanzberater, und um Ihnen als ein verifiziertes Kunde auf Finanzmarkt zu registrieren, ja, so um Ihnen zu verifizieren, brauchen wir ein paar Dokumente von Ihrer Seite. Okay? Und erstens, das ist die Ausweisförder- und die Rückseite. Einfach mal so, dass alle vier Ecken gut sichtbar sind im Foto. Sie können mir das gerne auf meine E-Mail-Adresse zuschicken. Und zweitens, schicken Sie mir bitte einen Zettel oder eine Rechnung, die Sie im letzten Monat bekommen haben. Sie können gerne den Zettel oder die Rechnung abdecken, was da steht. Hauptsache, dass Ihre Adresse, Ihre Name und das Datum gut lesbar ist auf Foto. Können Sie das machen? Ja, schon. Nur das mit dem Ausweis, das ist ja verboten in Deutschland. Nutzen Sie denn keine Video-Identifikation, also zum Beispiel Post-Ident-Verfahren? Dieses werden Sie später benutzen. Zurzeit, wir brauchen mit geringeren Summen nur die Ausweisfotos. Ja, nee, das geht ja von mir aus. Es ist ja verboten, in Deutschland einen Ausweis zu verschicken. Das ist nicht verboten, nein. Doch ist es, doch ist es, tatsächlich. Äh, nein. Dazu gibt es ja das Post-Ident-Verfahren oder auch Video-Identifikation. Spielen Sie das nicht an? Video-Identifikation brauchen Sie, wenn Sie zum Beispiel größere Summen auf Finanzmarkt investieren. Nee, das geht auch bei, das geht, Video-Identifikation geht auch bei kleineren Summen. Es geht einfach darum, dass man sicher ist, dass mit den Ausweisdaten nicht irgendwelcher Schindluder betrieben wird. Deswegen wurde das extra erstellt. Verstanden, Herr Siebeneich. Gut, dann machen wir das so. Bitte? Dann machen wir das so. Also schicken Sie mir den Ausweis dann, oder? Nein, Video-Identifikation, Post-Ident-Verfahren. Video-Identifikation kann ich nicht machen, kann ich Sie nicht anbieten. Warum nicht? Das kann ich Ihnen dann einfach nicht anbieten. Das ist nicht einfach verfügbar. Wir sind eine Großbritannien, wir sind eine Firma delegiert in Großbritannien. Wir nehmen an Ausweise, wenn es um Verifizierungen ankommt. Mhm. Sie sind eine Firma aus Großbritannien. Okay, gut. Wo ist denn Ihr Sitz dann in Großbritannien? In London. In London? Okay, haben Sie mal die Adresse für mich? Habe ich. Kann ich Sie das auf E-Mail zuschicken? Ja, können Sie machen. Okay, aber wie gesagt. Ja, aber nein, also meinen Ausweis verschicke ich sicherlich nicht. Okay, kurzen Moment dann. Ja. Okay, Herr Siebeneicher, wie gesagt, können Sie überhaupt vielleicht eine Rechnung mir auch zuschicken? Eine Rechnung? Für was? Oder einen Zettel? Für was denn? Das ist einfach für die Verifizierung von Ihrer aktuelle Adresse. Ja, das kann ich natürlich. Okay, einfach mal eine Rechnung. Ja, aber das nützt ja nun noch nicht. Also, laut Personalausweisgesetz ist es seit 2010 verboten, den Ausweis zu kopieren oder als Pfand einzubehalten. Sie dürfen das also gar nicht. Deswegen gibt es ja extra das Post-Ident-Verfahren. Post-Ident-Verfahren können wir Ihnen nicht anbieten. Zuerst und zweitens, diesen Ausweis brauchen wir, sodass Sie keinen Stress haben bei Auszahlungen von unserer Firma, sodass Sie dann keinen Stress haben, mit Ihrem Bank, wenn es Verifizierungen ankommt. Ich kann Ihnen nicht weiter aushilfen. Also, wie gesagt, entweder Sie können mir den Ausweis zuschicken oder ich kann Sie nicht verifizieren. Dann müssen Sie sich dann direkt mit Ihrem Bank bei Auszahlungen dann verifizieren. Wenn Sie natürlich das möchten, können Sie gerne machen. Natürlich, bei meiner Bank bin ich verifiziert. Ist ja kein Problem. Bei Auszahlungen. Wenn Sie dann Geld, also Ihre Profite, dann auf Ihre Online-Banking dann bekommen oder wie gesagt, wo Sie es auch immer möchten, müssen Sie dann natürlich bei Ihrem Bank dann diese Profite verifizieren. Ja, bei meiner Bank bin ich verifiziert. Ja, bei Auszahlungen aber nicht. Doch, natürlich. Wenn ich... Nein, nein, nein. Moment, bitte. Darf ich bitte ausreden? Ich erkläre Ihnen zuerst und danach lasse ich Sie. Wenn Sie irgendwelche Profite vom Finanzmarkt bekommen, müssen Sie sich bei Ihren Bank diese Profite verifizieren. Verifizierungen gehen durch, aus unserer Seite, durch Ihren Ausweis und eine Rechnung. Das machen wir mit Ihren Bank unter Ihrem Namen, sodass Sie keinen Stress haben danach. Wie gesagt, ich kann Ihnen bestimmt sagen, dann müssen Sie sich selber diese Profite dann mit Ihrem Bank dann verifizieren, dass Sie es tatsächlich von unserer Firma bekommen haben als Profite. Ja, das sagte ich doch. Bei meiner Bank kann ich jederzeit Auszahlungen machen. Ich bin bei meiner Bank verifiziert. Das sagte ich doch die ganze Zeit. Genau, und ich habe was anderes gemeint, aber wie gesagt, sobald Sie Ihre Handelskonto dann austeilen, wie gesagt, sobald Sie Ihre Auszahlungen tätigen, danach schauen Sie einfach nach mal. Wie gesagt, dann müssen Sie dann die Verifizierungsprozesse selber dann führen. Okay, alles klar. Machen wir es so dann. Einfach mal schicken Sie mir dann vielleicht in Rechnung, sodass ich einen von den Prozessen für Sie dann einfach mal klären kann. Und Herr Siebeneicher, um 10.30 Uhr morgen Fluxkompensator ist Ihr Passwort. Okay, und bitte antworten Sie Ihren Finanzberater dann unbedingt, sodass Sie dann handeln und anfangen können. Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Haben Sie irgendwelche Fragen jetzt, bevor ich mich verabschiede? Nein, jetzt nicht. Alles klar. Dann, ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg bei uns. Und wie gesagt, jetzt 10.30 Uhr bitte unbedingt den Handy anruf nehmen. Und eine Frage eigentlich. Haben Sie auch vielleicht kein WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Ich sage Ihnen bereits, dass ich kein Handy nutze. Okay, verstanden. Alles klar. Dann, schönen Tag noch, wünsche ich Ihnen. Schönen Abend noch und bis morgen dann. Okay, bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, Herr Siebeneicher. Viktoria Hoffmann noch einmal. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen noch mal störe. Aber eine Sache, Sie können auch gerne, wenn Sie uns natürlich die Überweisung, die Ausweisung uns nicht zuschicken, ja. Sie können auch gerne die Ausweisfotos selber hochladen. Ja gut, aber das ist doch dasselbe, wenn ich zuschicke oder hochlade. Das ist dasselbe in grün. Hochladen ist anderes als zu schicken. Nee, es kommt beides bei Ihnen an. Es kommt beides bei Ihnen an. Als Foto oder als hochgeladenes Foto oder als hochgeladener Ausweis. Das kommt ja beides bei Ihnen an. Nein, das ist die Unterschiede. Nein, es geht beides um Datenschuss und um den Datenschuss, dass da kein Missbrauch geschieht, soll man keine Ausweise verschicken oder hochladen. Deswegen gibt es ja das Postidentverfahren. Herr Siebeneicher, diese Ausweisfotos gehen nicht an uns, sondern diese Ausweisfotos werden bei FCA in Großbritannien benutzt, sodass Sie dann verifizierte Kunde sind auf Finanzmarkt. Wir werden das nicht benutzen. Wir können das nicht mehr dann herunterladen, wenn Sie es selber hochladen. Ja, dann geben Sie mir bitte den Link, dass ich das dann zur FCA hochladen kann. So, dies können Sie dann durch unsere Webseite machen. Nee, dann liegt es ja wieder bei Ihrer Firma. Dann liegt es ja wieder bei Ihrer Firma. Gut, dann schicken Sie mir den Link bitte zur FCA, wo ich das zur FCA hochladen kann. Alles klar. Wie gesagt, das wird Ihnen dann alles Ihr Finanzberater dann auch erklären, warum Sie das brauchen. Wie gesagt, ich kann Ihnen nicht vollständig dann vielleicht das erklären, aber wie gesagt, Ihr Finanzberater wird Ihnen dann um 10.30 Uhr dann Ihnen alles erklären. Schönen Tag noch. Okay, tschüss. Zur Info für Euch als Zuhörer. Natürlich habe ich nie wirklich Geld an die Betrüger überwiesen, sondern nur eine Überweisung gefakt. Ich weiß, dass die keinen Zugriff auf das angegebene Konto haben, um den Geldangang zu prüfen. Daher soll man ja immer einen Überweisungsbeleg per Foto an die Betrüger senden. Nach der Überweisung wollen die nun meinen Ausweis erbeuten, um damit weiteren kriminellen Unsinn zu treiben. Natürlich nutzen die Betrüger weder Postident oder Videoidentifikation, da sie so selber identifizierbar wären. Den Link, um meinen Ausweis bei der FCA hochzuladen, habe ich natürlich nie erhalten, denn das bietet die FCA nicht an und das geht die FCA auch gar nichts an. Stattdessen erhielt ich eine Mail, dass der fest zugesagte Termin am nächsten Tag abgesagt wurde. Darauf antwortete ich erbost, dass es eine Frechheit ist, schon das erste Gespräch mit dem Broker abzusagen. Irgendwann in der folgenden Woche erreichte der Broker mich dann doch, doch leider ist der Anfang des Gesprächs nicht auf der Aufnahme, sondern startete erst später, wie er nun hört. Wie Sie wissen, ich bin Ihr persönlicher Berater, sogenannter Kryptoexpert in diesem Bereich. Das bedeutet, ich muss Sie auf diesem Wege begleiten, was die Richtung der finanziellen Börse heißt. Ja, dementsprechend alles Mögliche tun, damit Sie zufrieden bleiben mit Ihrem zusätzlichen Einkommen. Aber bevor ich die Ursache meiner Meldung gebe, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, natürlich, wenn Sie nicht dagegen haben, damit ich für Sie ein verdammtes Strategie aufbauen kann. Ja, dann stellen Sie Fragen. Erstmals möchte ich gerne wissen, ob Sie Erfahrungen in diesem Bereich haben und was war der Grund, dass Sie entschieden haben, bei uns zu einsteigen? Ja, ich habe schon ein wenig Erfahrung angelesen, tatsächlich. Haben Sie mit Kryptos gehandelt? Nein, habe ich noch nicht. Dann mit anderen Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Aktien, Mördpapieranlagen? Ja, richtig, damit habe ich schon Erfahrung. Das müssen Sie auch wissen, dass im 21. Jahrhundert mit solcher Schule zu handeln, das ist einfach so alte Schule geworden. Ja, also die sind einfach die Bankprodukte. Ja, weil in unserem Jahrhundert, dieses Jahrhundert gehört Technologie. Ja, und Bitcoin, das ist die internet-virtuelle Währung, die aber mittlerweile schon echt verwendet wird. Es gibt gar keine anderen Finanzinstrumente in der ganzen Welt, die solche Preisveränderungen zeigt, was Bitcoin macht. Ja, also ehrlich zu sagen, Bitcoin und Kryptowährungen gibt Ihnen solche Gelegenheiten, womit Sie in kurzer Zeit schon reich werden können. Und damit solche Bankprodukte zu handeln, ehrlich zu sagen, das ist nicht profitabel mehr. Darf ich bitte nachfragen, was ist an Aktien nicht profitabel? Das würde ich gerne mal wissen. Aktien sind immer noch sehr profitabel. Wie kommen Sie auf die Idee, dass Aktien nicht profitabel sind oder Rohstoffhandel nicht profitabel ist? Wenn Sie einen Unterschied mit Kryptowährungen machen, kann ich Ihnen das direkt sagen, genau. Das ist nicht profitabel. Also jährlich, also können Sie mir sagen, jährliche Zinsen, was Sie mit Ihren Aktien erwirtschaften können, also prozentuell. Also was denken Sie? Was haben Sie höchstens gemacht? Nö, das geht Sie ja gar nichts an, was ich für Geschäfte sonst mache. Das geht Sie ja gar nichts an. Also Sie sagen mir, dass das Aktien sind sehr gut profitabel. Also ich sage Ihnen, wenn Sie einen Unterschied sehen werden mit Kryptowährungen, das müssen Sie wissen, dass Aktien, Rohstoffe oder andere Finanzinstrumente mit Kryptowährungen, das ist gar nichts. Also das ist nicht profitabel, weil was Sie seit Jahren mit Aktien sozusagen erwirtschaften können, solche Ergebnisse können Sie in Monaten mit Kryptowährungen zeigen, wissen Sie? Ah ja, gut. Wenn Sie das so meinen, okay. Ist das möglich, mit Aktien in einem Jahr prozentuell mehr als 600% zum Beispiel Profit zu zeigen? Was, mit Aktien 600%? Das kommt ja mal auf die Aktien an. Genau. Wissen Sie, dass, wenn Bitcoin höchstens Rekord erreicht hat vor zwei Monaten, äh, vor zwei Jahre, Prozent in einem Jahr, Bitcoinspreis war prozentuell hochgestiegen, mehr als mit 800%. Das heißt, Sie raten... Nur in einem Jahr. Das heißt, Sie raten mir momentan zum Bitcoin? Natürlich, also ich bin wie ein Krypto-Expert in diesem Bereich. Was ich für Sie tun kann, was ich für Sie machen kann mit Kryptowährungen, das werden Sie alles mit Ihren eigenen Augen sehen, ja. Ja, äh, das heißt, äh, der Bitcoin liegt momentan preislich bei wie viel Euro? Ganz kleinen Augenblick, jetzt mache ich äquivalent. Normalerweise schauen Sie bitte, Sie haben außer das gute Zeitraum entschieden, äh, gerade, äh, das ist, äh, 38.800 Euro, äh, ein Stück Bitcoin. Aber jetzt erwarten wir, dass nach Neujahr Bitcoin muss neue Rekorde reichen, letzter Rekord, das war gegen, äh, 70.000 US-Dollar und, äh, dann nach Neujahr erwarten wir, dass das muss über 100.000, äh, US-Dollar hochsteigen, ja. Das erwarten Sie. Warum erwarten Sie das? Äh, das ist, äh, ehrlich zu sagen, äh, Schritte, äh, und, äh, Frage für weitere Schritte und, äh, natürlich Schritt bei Schritt versuche ich, mich Ihnen alles zu erklären, ja. Ja, also. Weil, das ist unsere, ehrlich zu sagen, das ist unsere erste Gespräche, ja, miteinander, das erste Gespräch wird nicht so lange dauern, das erste Gespräch ist einfach dafür, damit wir uns kennenlernen und in Vertrauen kommen, ja, weil Vertrauen mit meinem Kunden, gute Beziehung mit meinem Kunden, das ist, äh, ehrlich zu sagen, für mich, Schlüssel für gute Geschäft, ja. Auf diesem Grund, Schritt bei Schritt versuchen wir erstmal miteinander Beziehung aufbauen und danach vertrauen Sie mir, dass alles kommt automatisch, dass Ihre finanzielle Lage wird verbessert, ja. Ja, das werden wir ja sehen, ja, ist kein Problem. Ja, weil, äh, wenn ich solche Verantwortung genommen habe, mit Ihrem Geld, mit Ihrem Betrag zu arbeiten, dann natürlich dafür, Sie müssen sicher sein, dass Sie handeln mit richtigen Personen, ja. Also, solche, sozusagen, Schritte kommen nach dem, dass wir miteinander, äh, gute Beziehung haben werden und, äh, ehrlich bleiben, ja. Äh, so, was ist Ihr Ziel, ähm, also, haben Sie einige konkrete Ziele, äh, zum Beispiel auch? Geld verdienen. Geld verdienen, so viel wie möglich, natürlich, ja. Was machen Sie beruflich, wenn Sie fragen, dass Sie... Das hat ja damit nichts zu tun, wozu ist es wichtig, dass Sie wissen, welchen Beruf ich ausübe? Also, ich habe einfach gefragt, ja, weil Ihre Stimme klingelt, äh, zu jung, also, ich bin, äh, ganz sicher, Sie sind nicht Rentner, ja. Was bin ich? Ne, Rentner bin ich nicht, nein. Habe ich ja nie gesagt. Hm, okay, ähm, was wissen Sie auch, äh, eigentlich über dieses Geschäft, also, wie sind allgemeine Informationen über Kryptowährungen, was haben Sie davon gehört? Ja, eine Menge gelesen. Dann versuche ich mich obendrauf, ja. Soll ich Ihnen das jetzt alles, äh, vorbeten, äh, was, was ich über Kryptos weiß? Soll ich Ihnen das jetzt alles mitteilen? Dann brauchen Sie aber eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit. Ja, also, Sie können mir auch kurz sagen, von Ihrer Seite, was Sie über dieses, so sagen, über Kryptogeschäft wissen, ja, also. Ich weiß, dass, äh, das Kryptogeschäft sehr volatil ist. Äh, was kann ich denn bei Ihrer Plattform, äh, mit meiner Einlage verdienen? Äh, also, dass, äh, wenn Sie einige Erfahrungen haben, andere Handels, äh, äh, Instrumente und Finanzinstrumente schon gesammelt haben, das wissen Sie auf jeden Fall, dass Ihre Gewinn am Finanzmarkt, das ist die Rechnung abhängig über Ihre Investitionen, ja. Mehr Geld, natürlich bringt am Finanzmarkt mehr Geld, ja. Mit mindestens Einstiegskapital, natürlich, wenn gerade ein Stück Bitcoin gegen, äh, fast, äh, 39.000 Euro kostet, natürlich, Sie brauchen nicht, äh, große Erwartungen haben, ja. Das ist einfach von Anfang, damit Sie erstmals mit Ihrem eigenen Augen sehen können, wie viele prozentuelle Gewinne können Sie bei uns erwirtschaften. Nachdem Sie das alles sehen werden, ich bin ganz sicher, Sie werden sozusagen auch mit verschiedenen Projekten beschäftigen, ja. Also, mit diesem Betrag, was ich Ihnen versprechen kann, äh, das ist maximal monatlich 30 Prozent als Gewinn. 30 Prozent. Maximal. Sagen wir mal, ich würde die, die Mindest, äh, Geschichte, wenn würde ich das ja nur zum Test machen, um zu sehen, wie gut Sie arbeiten, weil aus viel Geld, mehr Geld zu machen, ist kein Problem. Die Kunst für einen Broker ist, aus wenig Geld, äh, Gewinne zu erwirtschaften. Und so wie Sie. Ja, und genauso, äh, ich würde erst dann mehr einzahlen, wenn ich sehe, wie Sie arbeiten. Das heißt, ich würde erst... Ja, ich würde... Ja, ich würde Ihnen fragen, ob Sie, äh, schon einmal auch versucht haben, auf Ihrem Handelskonto zu reinlogen, oder noch nicht. Das Handelskonto, die Zugangsdaten zum Handelskonto habe ich doch gar nicht. Ein kleiner Augenblick, ich werde jetzt das überprüfen, wie ich mich korrekt erinnere, das habe ich Ihnen schon gesendet. Sie haben mir die Bankdaten gesendet. Und, äh... Ein kleiner Augenblick, jetzt bekommen Sie Zugangsdaten von meiner Seite, weil, äh... Ihr Handelsprozess ist schon angefangen, und jetzt sage ich Ihnen, danach können Sie das von Ihrer Seite dort überprüfen, ja? Ja, das wäre gut. Sie sehen den Link als Benutzername, Sie werden Ihre E-Mail eingeben. Und als einmaliges Passwort, ich stelle jetzt das einmaliges Passwort für Sie, das können Sie immer ändern, weil Sie schon drin sind, ja? Ja, ich möchte ja auch mich entschuldigen für meine Deutschkenntnisse, falls Sie etwas nicht verstehen werden, frage Sie mir direkt. Das ist nicht meine Muttersprache, aber meine Deutschkenntnisse werde ich mit meinem FGB kompensieren, ja? Ja, das wäre gut, ja. Haben Sie die E-Mail schon gesendet? Ganz kleinen Augenblick, das dauert noch etwas. So, E-Mail ist schon gesendet. Dann aktualisiere ich mal. So, dann haben wir was. So, dort. Dort muss ein Link sein. Von Ihrem Handelskonto, dieses Link. Als Benutzername geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse. Richard.ibeneicher. Mailbox.org Und als einmaliges Passwort, das ist Große, Kleine, Saar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist, ähm, jetzt mal auf den Handelsraum. Sind Sie schon drin? Eingeloggt? Ja, jetzt bin ich drin. So, dann schauen wir mal. Hier sehe ich momentan, Kontostand 261,66 Euro, Eigenkapital 286,95 Euro. Genau. Kann sein, wenn Sie verschiedene Summen in Ihr eigenes Kapital und als Ihre Balance sehen. Das bedeutet, dass einige Positionen sind für Sie in Bearbeitung. Ja, dafür können Sie keine Sorge machen, wenn diese Positionen geschlossen werden. Das ist jetzt sozusagen alles direkter gerechnet, ja. Gut. Ja, das wäre möglich. Dann würde ich sagen, ich schaue mir das jetzt erstmal, Sie, Sie dürft jetzt für mich handeln. Sie können zeigen, was Sie erreichen können mit meinem jetzigen Geld. Okay. Und, ähm, dann werde ich sehen, ob das meinen Erwartungen entspricht. Und wenn das dann... Können wir es so machen? Wäre nett, wenn Sie mich erstmal ausreden lassen würden. Genau. Okay, ich will jetzt mal jetzt tun. So, also, ähm, ich denke mal, ich werde sehen, was Sie daraus machen. Wenn es dann nach meinen Erwartungen entspricht, dann bin ich gern bereit, mehr zu investieren. Aber dazu muss ich erstmal sehen, wie gut Sie handeln. Das heißt, ich denke mal, ich gebe Ihnen jetzt erstmal 14 Tage Zeit. Und Sie versuchen, Sie können auch meinetwegen dieses, dieses Geld, was ich da investiert habe, das ist erstmal, äh, sag ich mal, nur ein wenig Spielgeld. Das ist nur zum Testen. Genau, das ist, das ist Probezeit, genau. Das ist mindestens Einstiegskapital haben wir auf diesem Grund, damit Kunden erstmal beobachten können, wie viel können Sie bei uns erwirtschaften. Genau. In jedem Fall ist diese Summe, die kann auch ruhig verloren gehen, wenn Sie sagen, Sie können mehr damit erwirtschaften, ist das gut. Das ist, äh, für mich sind das Peanuts, als Selbstständiger sind das einfach Peanuts für mich. Ich habe eine weithaus höhere, äh, Tankrechnung im Monat mit, mit all meinen Autos in der Firma. Also von daher, kein Problem. Dann würde ich sagen... Also Sie sollen mir nicht mit meinen Gewinne schätzen, sondern mit Verlusten, weil die zu wenig sind, ja. Ja, ne, ne, ich schätze Gewinne vor allem. Verluste wäre nicht gut. Dann würde ich sicherlich... Also mein Erfolgssindex seit elf Jahren mit Kryptowährungen, das ist mehr als 96%. Ja, also das würden Sie alles mit Ihren eigenen Augen beobachten und so. Ich sage Ihnen, äh, über mich etwas nicht so Besonderes, ja. Also ich werde das alles Ihnen einfach mit meiner Arbeit beweisen. Gut, ja. Das wäre, wäre gut. Und dann bin ich, wie gesagt, gern bereit, äh, dann auch noch ordentlich draufzulegen. Ich habe demnächst, äh, eine größere Rechnung, die ich, äh, bezahlt bekomme. Für, für die Firma, da habe ich vor, äh, Geld aus der Firma abzuziehen, zu investieren. Das dann hinterher wieder, später wieder in die Firma zurückzuführen und die Gewinne privat abzuschöpfen. Das ist mein Vorhaben. Äh, äh, dann, äh, Herr Siebenreicher, können wir auch so machen, dass wir sozusagen, äh, zum Beispiel in dieser Woche noch einen Termin vereinbaren werden, damit ich oben darauf Ihnen ein paar wichtige Sachen, zum Beispiel über Bitcoins erklären kann, weil jetzt kommt der sehr, sehr gute Zeitpunkt von Bitcoin und warum, ich möchte Ihnen das auf jeden Fall erklären. Und oben darauf ein paar technische Sachen auch zu erledigen, ja? Ja, können wir gerne machen. Wäre am Freitag sinnvoll, dann bin ich wieder im Büro. Freitag werden Sie auch Computerzugang haben? Ja, natürlich, ich bin ja halt dann im Büro. Okay, dann, ich werde jetzt markieren. Sagen Sie mir bitte, um welche Uhrzeit? Ich arbeite ab 8 bis 17 Uhr. Ich würde sagen, ab 11 Uhr. 11 Uhr, ungefähr eine Stunde lang werde ich im Büro sein. Das heißt, es müsste ziemlich pünktlich sein. Okay, dann machen wir so. Termin habe ich schon markiert. Ich hoffe, zusammen werden wir gute Geschäfte aufbauen. Genau, dann sehen wir mehr. Und wie gesagt, ich werde dann Freitag noch nicht ganz endgültig beurteilen, wie Sie von mir arbeiten, weil es ist eine relativ kurze Zeit. Ich denke, bei 14 Tagen lasse ich mir Zeit, bevor ich mich entscheide, mindestens 14 Tage. Kommt darauf an, wie gut Sie arbeiten. Wenn Sie gutes Gewinn machen, dann müssen wir mal sehen. Okay, das ist Ihre Entscheidung. Dann danke für das nächste Gespräch. Wir wünschen Ihnen einen schönen, angenehmen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Falls Sie etwas von meiner Seite brauchen werden, schicken Sie mir E-Mail, weil normalerweise das ist die Internetlinie und auf dieser Linie können Sie mir nicht zurückrufen. Okay? Okay, gut. Gut, alles klar. Dann machen wir das so. Dankeschön und schönen Tag noch. Ja, dann bis Freitag. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Hallo. Hallo, Herr Siebenaicher. Ja. Hallo, Herr Siebenaicher. Danke, Herr Siebenaicher. Freut mich. Wir haben heute Termin gehabt, erinnern Sie mich? Um 11 Uhr bin ich hier da. Ja. Herr Siebenaicher. Okay. Haben Sie überprüft, was passiert auf Ihrem Handelskonto, wie ich Ihnen letztes Mal gesagt habe, heute werden wir brauchen, heute werden wir brauchen, kurz miteinander zu telefonieren und weitere technische Sachen werden wir ab nächsten Montag Ihnen erklären, weil ab nächsten Montag starten bei uns Weihnachtsangebote. Wie ich Ihnen gesagt habe, das sind solche Angebote, was wir das ganze Jahr warten. Solche Angebote haben wir nur einmal pro Jahr. Und ich werde auch froh sein, wenn Sie sozusagen schon dabei werden, mit uns wirklich gutes Geschäft zu aufbauen. Ja, ich meine, dass Weihnachtsangebote nur einmal im Jahr kommen, ist es logisch, oder? Wie bitte? Dass Weihnachtsangebote nur einmal im Jahr kommen, ist klar, denn es gibt ja nur einmal im Jahr Weihnachten. Genau. Logisch, ne? Also, natürlich. Da habe ich Ihnen eine Frage, ob Sie Ihr Handelskonto auch überprüft haben? Da habe ich eine Frage. Da habe ich eine Frage. Ich habe es den einen Tag versucht, da konnte ich mich gar nicht einloggen auf meinem Handelskonto. Was war da los? Da haben die Zugangs... Wenn ich mal ausreden dürfte... Auf welchem Grund? Das versuche ich ja gerade zu sagen, wenn Sie nicht dauert unterbrechen würden. Ich konnte mich nicht einloggen, weil die Zugangsdaten gar nicht... E-Mail oder Passwort war falsch. Aber heute habe ich es versucht, hat es funktioniert. Warum hat es denn einen Tag nicht funktioniert? Also, weiß ich nicht, da haben Sie das gespeichert, der Zugangsdaten... Ja, natürlich. Oder haben Sie das beim Handein gegeben? Ich habe es gespeichert. Sie haben es mir ja per E-Mail geschickt. Genau. Und warum konnte ich mich nicht einloggen? Also, weiß ich nicht. Kann sein, das war ein technisches Problem, aber dieses Problem weiß ich nicht. Also, warum haben Sie... Sie müssen da ja im Prinzip eine Logdatei haben von Ihrem ITler. Der muss ja wissen... Also, normalerweise, wenn Sie eingeloggen sind... Warum unterbrechen Sie mich eigentlich ständig? Also, Sie fragen mir etwas, ich... Ich habe doch gar nicht... Ich habe doch gar nicht fertig gefragt. Ein bisschen mehr Zeit können Sie sich ja schon noch nehmen für Ihre Kundschaft, oder? Warum schreien Sie bitte, wenn ich fragen darf? Warum unterbrechen Sie mich jetzt eigentlich schon wieder? Also, Sie haben mir etwas gefragt, ich habe Ihnen keine Antwort. Ich hatte die Frage noch gar nicht fertiggestellt. Also, mit allen Respekten, aber wer hat Ihnen solche Recht gegeben, mit mir so zu telefonieren? Ja, warum unterbrechen Sie sich? Wer hat Ihnen das Recht gegeben, mich zu unterbrechen? Sie haben mir etwas gefragt, ich habe Ihnen nicht antwortet. Ich hatte die Frage noch gar nicht fertiggestellt. Dann fragen Sie mir endlich, ja. Ja, das wollte ich ja gerade, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen. Also, Ihr IT-Ler, Ihre Firma, muss ja über einen Fehler eine Logdatei haben. Dann fragen Sie doch bei Ihrem IT-Ler mal nach, warum ich mich auf dem Konto nicht einloggen konnte. Sehen Sie fertig? Sind Sie fertig? Dann, wie ich jetzt reden. Können Sie eigentlich irgendwie etwas normal machen? Ich hatte eine klare Frage gestellt, die hatte ich zu Ende gestellt. Dann können Sie antworten. Ich glaube, das wird sehr fürchterlich schwer mit Ihnen und Ihrer Firma. Also, verstehe ich nicht, ehrlich zu sagen. Ja, das liegt vielleicht daran, dass Sie so schlecht Deutsch sprechen. Also, das habe ich Ihnen gesagt. Das ist nicht meine Muttersprache. Ja, also, ich habe Ihnen gesagt, das weiß ich nicht. Also, wenn Sie schon drin sind auf Ihrem Handelskonto, das ist sichtbar von meiner Seite. Aber wenn Sie einige Fehler bekommen haben, wieso muss ich Ihnen eine Antwort geben? Weil ich gerne wissen möchte, ob es zukünftig diese Fehler nochmal gibt. Deswegen sollen Sie ja bei Ihrem IT-Ler, bei Ihrer IT-Abteilung nachfragen. Denn es gibt ja Log-Dateien über solche Geschichten. Sie sagen mir erstes Mal, wieso kann ich Ihnen solche Antwort geben? Also, solche Probleme hat gar keine meiner anderen Kunden bekommen. Haben Sie meine Frage verstanden? Haben Sie das verstanden, was ich gesagt habe? Habe ich verstanden. Gut, was habe ich denn gesagt? Dass ich muss das nachfragen. Richtig, dann fragen Sie das. Also, was denken Sie jetzt direkt, würde ich bei einer technischen Abteilung das direkt fragen? Naja, aber Sie sollten sich das aufschreiben und mir das sagen, mir dann eine Mail schicken, warum ich mich nicht auf meinem Konto einloggen konnte, wo es erstellt war. Dazu gab es eine Log-Datei und diese Log-Datei möchte ich gerne haben. Wenn Sie einige Probleme bekommen haben, warum haben Sie mir nicht informiert? Warum haben Sie mir keine E-Mail gesendet? Ihnen eine E-Mail senden? Wir haben doch sowieso den Termin für heute. Genau. Lassen Sie mich doch ausreden! Immer dazwischen! Ich werde jetzt auflesen! Was sind Sie für ein unfreundlicher Typ! Sie ist deine Mutter! Bitte was? Sie ist deine Mutter! Ach, da haben wir wieder, der schlechte Betrüger! Hallo? 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 Wieso beruhigt? Wer ist da? Wer hat dir das Recht gegeben, mich permanent zu unterbrechen? Wer hat dir das Recht gegeben, mich permanent zu unterbrechen? Wer bist du, du alte Schwanze? Ich höre meine Schwanze. Ey, Leute, freut euch! Wieder ein dummer Betrüger! Ey, dummer Betrüger! Was ist los mit dir, kleiner Betrüger? Hat nicht geklappt, dein Betrug, gell? Hat nicht geklappt, he? Was ist los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Ja, der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Und schon ist vorbei. Das waren die Bären und die Bullen, die wir wohl bis aufs Blut gereizt haben. Wie schön, wie einfach man die triggern kann, bis die ihr wahres Gesicht zeigen. Und was die wirklich gar nicht vertragen, ist ausgelacht zu werden. Denn dann kommen immer die sexuellen Anspielungen und Beleidigungen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich den mit einer anderen Identität nochmal auf den Pelz rücke, um die beworbenen Lizenzen bei FCA und BaFin und das Alte und der Plattform zu hinterfragen. Das war's zu meinem heutigen Video. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wer mag, kann mir gerne zu BetLuigis Kanal folgen. Denn dort gibt es um 12 Uhr die Live-Premiere zu seinem 500-Abonnenten-Spezial. Dort könnt ihr uns gerne Fragen stellen oder Anregungen hinterlassen. Also bis gleich, euer Kreuznetter Crusher.